Musik Hallo! Ja, ich wollte mich mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so viel Feedback gegeben habt und alle ganz tischlich auf meiner Seite klickt und mich unterstützt und mir meinen Sachen folgt. Und heute haben wir Rolling in the Deep fertig gemacht. Das ist jetzt ganz fertig und ihr könnt euch jetzt schon weit drauf freuen. Und jetzt haben wir auch das Video gemacht, also es wird echt schön und dann könnt ihr es euch auf YouTube auch anschauen. Und falls euch meine Musik gefällt, dann könnt ihr mich unter Facebook finden bei MyPaula und dort dann mein Fan werden. Ihr müsst einfach nur auf Gefällt mir drücken. Ja, also der Drehtag war echt lustig und bloß da war so eine kleine Nervenwege, die Biene, und die hat mich wahnsinnig gemacht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe tierische Angst vor denen und die ist hier die ganze Zeit rumgesummt. Hey, you played it, you played it, you played it to the beat. Ah, deine Weste! Ich lasse mich nichts aufhalten. Rolling in the Deep kommt. Eigentlich geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020